hallo liebe freunde hier ist bei geile aus foxys art team heute spiele ich wieder mit zamenter ein weihnachtsspezial sie hat von ein minecraft hat sie eine neue karte angefangen zu bauen wie immer sie baut ja immer mal neue karten und jetzt haben wir jetzt extra ein texturpaket dafür gekauft für weihnachten irgendwas neues ich weiß nicht genau wie neu oder wie aktuell das ist aber ich wünsche euch schöne unterhaltung bei einem weihnachtsspezial foxys art team es hat auch keinen besonderen namen gehabt ich habe mich einfach gedacht bis jetzt einfach nur bauen es ist keine karte die wir präsentieren vielleicht nur euch die neue das ganze paket die wir haben dass da war die vater hier beitreten das war nicht ganz richtig das wollte ich nicht ich werde mir gleich noch einen kaffee können glaube ich ich habe durst auf dem kaffee aber warte mal heute ist ja weihnachten schatz was aber gerne doch mein schatz geht doch ich weiß nicht genau morgen ist ja auch noch mal vielleicht geht es dann noch mal weiter wir wollen das paket für cement das neue karte die wir heute wollten weil das auch das andere minecraft ist nicht mehr das alt geliebte minecraft mit das also minecraft was heißt das naja wie auch immer die 2.000 die windows 10 edition und die wollen wir uns dann wollte cementer gern windows 10 edition haben um zu gucken ob man da was behalten kann weil man möchte ja auch ein bisschen häufiger auch mal minecraft spielen und dann auch an selber bauen ich sehe schon so ein bisschen drüberschienen was cementer so hat es sind wohl auch kerzen oder wie auch immer jetzt haben wir das was am sterben herunterladen das ist teuer wieso von wem bist du gestorben ich muss ehrlich gesagt zu geben dass ich ein bisschen gespannt bin was das so viele pakete sind oder was das für ein paket ist was das alles beinhaltet wie schön die vielleicht aussieht wenn du mich hörst bitte einmal im video reingehen das und einmal bitte im text und mal einfach mal so scheiß reinstellen fröhliche weihnachten vielleicht sieht das ja noch jemand oder auch nicht weiß ich nicht ob man das sehen kann nach hinein oder die leute aber naja wir sehen es ja dann bis dann tschüss euer mcgyver selbst fox ist kurz hier also mit den headset ich weiß es kurz einmal er kann mich hören aber es gibt auch die hacke sieht ja guck mal die hacke sieht doch schon ein bisschen verwendet hat das richtig gemacht das gefällt mir mehr die steine sind ein bisschen hässlich aus sehr pixig ich dachte schon oh guck mal ganz viel eisen aber das ist kein eisen guck dir mal die kohle an das ist ein schöner texaturpack du man muss sich hier viel mehr mal texaturpacks kaufen echt jetzt mal echte andere texaturpacks ist doch gut aus oder nicht ich glaube ich schaue mich mal ich glaube ich schaue mich mal irgendwann um über texaturpacks wie das so aussieht bonbons was ist das kugeln hast du aufgestellt kummer gras mit kugeln mit weihnachtskugeln hallo kann man mit dir handeln guck dir mal an ist ja toll was will er haben was ist das weiß ich nicht was das ist gibt es ja gar nicht so man sieht ja dass ich hier ein bisschen wegen stein hat Samantha ist immer noch nicht weiter mit den zweiten etagen gekommen ihr seht wir haben noch nicht ja jetzt haben wir das auch schon hohoho schön fröhliche weihnachten und wo wir schon fröhliche weihnachten sind guck dir mein skin da unten an ich nehm einen anderen skin muss ich hier aufklicken ich glaube ja wir wollen uns charakter bearbeiten was ist der charakter bearbeiten hilf mir jetzt mal ich kann nur meinen charakter bearbeiten ich werde wahnsinnig ich weiß nicht was hier alles geht ich wollte die weihnachtskugeln haben aber hier ist es nicht erst der okay und da unten sind die die ich hab dann muss ich jetzt da unten suchen wo sie ist so freigeschaltet chinesisch aus Samantha das ist die die ich alle freigeschaltet habe habe ich doch gar nicht wem nehme ich denn mal nehme ich die 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 ich nehme den schneemann ah jetzt kann ich mir schon mehrere skins hier auswählen auf mit einem klick oder was cool das finde ich toll und irgendwann werde ich mir einen erstellen so das sieht noch nicht sehr weihnachtlich aus Samantha so aber erst mal brauchen wir auch essen aua kannst du jetzt bitte einzäunen das ist gut maus ich weiß nicht sie geben sie viel nahrung das kenne ich alles noch nicht ooooh aber draußen gefällt mir das nicht das stein das sieht so ein bisschen nicht unbedingt weihnachtlich aus gibt es noch irgendwie lichterkette oder sowas sehr weihnachtlich sehr weihnachtlich so ich muss jetzt bruchstein noch ein bisschen bruchstein machen bitteschön so haben wir nicht noch kisten hier da die kiste also man muss sich ja wieder ein bisschen also ich zumindest muss mich da ein bisschen umgewöhnen ähm Samantha wir packen doch erstmal alles hier rein ne also ein kisten so hier hab ich holz was ist das und das hier spinnauge was hast du für eine aufgabe so hier haben wir noch ich habe hier noch vier vier laternen ja ich gehe kurz unter der mine und dann das gefällt mir hier können wir auch einen tammbaum aufstellen geht das auch wahrscheinlich nicht ne wie macht man die ab auch noch hauen ah ok wollte ich nur mal wissen aber du hast sie zu dicht herangestellt man hätte daraus wege machen müssen ne kann ich nicht du hast sie alles zu dicht herangestellt du hättest immer eine reihe eine reihe frei aus weg machen eine reihe na wo soll ich das runter dann mache ich das nachher so schaut mal das ist unsere süße kleine mine die schon angefangen haben jetzt haben wir die wege fallen die die hacken und so sieht echt gut aus ne wir brauchen unbedingt mal Eisen damit ich mir Eisenhacke bauen kann das habe ich gut gemacht ne das habe ich gut gemacht ne das habe ich gut gemacht ne da 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 die sind ja auch gut aus das ist nicht so richtig geile wege hier das bruchstein da 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 ..." do da 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 sagst du ja richtiges, aber welche Rüstung kann ich haben. Willst du jetzt in der Party rein? Hast du aufgegessen? Wahnsinn. Ja, okay. Wurde ich auch nicht. Guck mal an. Weil ich hier noch mehr mehr Lande. Also ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt die ganze Zeit. Rüstungweifern 30.931. Der letzte ist meiner aktuell... Der rechst ist... Männchen. Aktuell. Also bisher steht hier auch nur aktuell. Und der ist Männchen. Der ist wegen Männchen. Also immer bei Minecraft-Neuanfang ist das am Anfang immer stressig wegen Eisen und sowas. Gibt mir 30.000? Ja. Ist das egal. Ich hab die ja beide, alle bestimmt. Sag mal, da hast du noch Holz? Nee, weil... Ähm... So ein paar Kisten wär'n noch ganz nett. Paar... Kisten wär'n schlecht. Wär'n nicht noch schlecht. Wo ich das ganze Stein reintun kann. Und aktuell... Oder soll ich gleich die Kisten bauen? Und die packe ich erst mal hier unter der Mine. Auch gut. Glaube ich. Hallo Samantha! Ja, das sind ja die super aktuellen. Ja. Ich weiß nicht, die Wege bauen. Aber du bist aber, glaub ich, jetzt erst mal andererseits beschäftigt. So. Wollen wir mal gucken. Hä? Hä? Das mach' ich? Genau. Das wär' gar nicht so schlecht, glaub' ich. So. Hä? 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 Du bist so 6,1. Nee, irgendwie noch nicht. Du hast aber gesagt, ich komm' bald am Ende an gestern. Hast du das zu Schles gesagt? Ähm. Hier ist noch ein gelber Teil, wenn man möchte von dir versorgt werden. Kann das wahr sein? Nein, jetzt hab' ich zwei gekauft. Äh, gecraftet. Geht das? Kann das angehen? Ich bin so dumm wie Holle. Geht das denn, äh, das schießt viel auf, Lemmeln, oder warum ist es lieber um den Lemmeln da? Okay. Das freut mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ja, weil ich hab' ja anscheinend ein bisschen mehr noch zu tun. Du wisst ja noch, dass ich Kühe mach' und... Biss ja Wolle für den Teppich wär' auch ganz nett, oder? Oder willst du den... Oder willst du den behalten? Den Grasfußboden. Und der Eger hat 370... Hä? Ja, ich merk' schon, du willst gar nichts. Hast keine Lust. Dann lass' mir das kriegen. Der Mentor hat keine Lust auf Spielen. Wieso, wo find' ich jetzt Holz? Oder hab' ich keine Bretter mehr? Ich habe keine Bretter mehr. Ach so, muss ich wieder neue Bretter machen, so. Bum, bum. Und dum, dum, dum. Ich brauch' noch jetzt aber irgendwie noch ein paar Kerzen, oder ein paar Fackeln. Ich grüße mal die neuen Zuschauer für ein Weihnachtsspezial. Minecraft, wie es aussieht. Oh, Samantha, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, Fackeln, ich hab' keine Laterne im Moment. Ja? Ja, aber ich glaube, ich kann die noch einmal bauen. Ja. Man verbaut natürlich auch das ganze Eisen. Ich hoffe ja, dass ich mal ein bisschen Eisen rankomme hier noch. Weil man sieht ja hier, sieht ja auch nach weihnachtlich hier ein bisschen aus. Aber hier unter der Mine sieht es noch nicht sehr weihnachtlich aus. Ich weiß nicht, ob Samantha noch ein bisschen was weihnachtlich aufbauen kann, damit man das so sieht. Hier ist ja ein Weihnachtsspezial. Ich bleib' ja nicht die ganze Zeit in der Mine. Ich muss so ein bisschen was machen. Ich suche ja natürlich Eisen. Ohne Eisen, ohne Moos nix los. Okay. Das Haus ist fast fertig. So, was haben wir da hier? Guck mal. Was ist? Eisenblöcke sehen ja geil aus. Was ist, Maus? Einen ist egal. Wieso? Wir machen die Räuber. Ja. Haben wir die? Ja. Wir haben die? Ja. Okay. Wir müssen uns verteidigen, egal wie. Komm runter an der Mine. Dann machen die vielleicht nix. Sag wann kommen die Räuber denn zu uns? Was? Oder wollen wir uns verteidigen? Nehmen sie unsere Base auseinander oder was tun sie? Ich kenn mich damit nicht aus. Okay. Ich werd's verteidigen. Wir haben jetzt schon nix. Attacke! Sind das auch Weihnachtsmänner? Aber die Treppe muss ja auch noch umlaufen. Ja, ich hab ein bisschen Eisen gefunden. Ja, warum? Was sind die? Da hinten. Hier hinten? Ne. Da hinten laufen wir lang. Die tun es doch nix. Die wollen doch nur zu der Base. Oh, Weihnachtsschina. Ja. Ein bisschen Fleisch brauchen wir. Vielleicht noch. Eine Küche wollen wir ja denk ich mal auch noch irgendwann bauen. Da hinten laufen sie, ne? Oder? Bist du das? Jetzt soll nicht hier irgendwo eine Base sein. Die rauben vielleicht nicht uns aus, sondern die... Oh! Ein paar Mistels. Guck mal hier. Toll. Da können wir ein paar abhacken. Du kannst das Haus damit schminken. Das sind doch hier... Wie heißen die? Mistelzweige. Also die Gelanden. Also hier im Spiel auf echt sind das die Dinger, die immer runter wachsen. Ranken kann man nicht mitnehmen. Also ich kann das, oder? Ich krieg die nicht. Die kann man doch sonst immer mitnehmen. Wie hat man die sonst immer bekommen? Was hab ich denn hier? Zwei Federn. Ich hab zwei schöne Federn. Was? Bitte? Achso. Weil ich wollte doch eigentlich gerne ein bisschen weihnachtlich noch schmücken. Unser Weihnachtsspezial. So, ich muss gucken, ob ich noch ein bisschen Eisen finde. Ich bin schon ein bisschen findig geworden, mein Schatz. Was ist denn das? Wie hast du hier Packe noch gebaut? Weihnachtsspinne, oder was ist das? Hey. Was ist denn das? Ne Kuh. Oh, oh. Gucken wir euch an. Guck mal da. Ja. Steppt's auch? Ach, unter Wasser mach ich nicht so viel Scham bei denen. Okay. Okay. Ich muss noch wissen, wo man auch mal Sand fängt. Ich. Ich grüß dich, hallo! Fackeln? Achso, nö. Das wollte ich jetzt nicht. So. Ich gehe jetzt weiter nach Eisen suchen. Also Maus, es geht hier noch ein bisschen weiter runter. Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir. Wird wieder schwer, hier gerade runter zu kommen. Um das alles wieder dicht zu machen. Aber ich kriege das schon hin. Mit viel Geduld und Spucke. So. Da nehme ich dann wieder Bruchstein. Ja, aber ich habe genug Stein. Du hast genug Stein? Ja, schau. Ja, das warne ich jetzt auch nicht. Ich muss hier hier ein bisschen zubauen. Weil wir wollen ja eine richtige schöne Mine haben, oder? So. Nehme ich noch Kohle mit auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich könnte mal so vielleicht etwas weihnachtliches hinmachen. Weißt du auch schon wie? Guck mal, wie tief das runter noch geht, Samantha. Was erzählst du da? Fast da. Aber später wieder abzubauen, oder später wieder abzubauen. Okay, was denn? Vielleicht auf dem Haus so eine Weihnachtsmütze vielleicht bauen. Kannst du Weihnachtsmützen bauen? Ich kann es versuchen. Achso, das meinst du, okay. Weiß versuchen. Aber das müssen wir wieder abzubauen. Vielleicht schaffst du das auch anders. Vielleicht schaffst du nur einen schönen Baum zu bauen. Oder bunt machen. Vielleicht gibt es ja bunte Steine noch. Ich habe mir das ja noch gar nicht alles angeguckt. Ja, ich will ja gleich mal was gucken. Guck mal, wie tief runter das doch geht, Maus. Ich bin schon runter. Also ich bin noch lange nicht unten, habe ich das Gefühl. Aber ich finde Eisen. Die doch auch, oder nicht? Eiserüstung. Warum nicht? Schaue ich mal nachher. Ich bin auf jeden Fall fündig. Weiß ich noch nicht. Das schauen wir nachher mal. Ich sammle ja noch. Guck mal, hier haben wir sogar Kohle, aber die kriege ich nicht abgehackt. Oder was ist das da? Oder ist das Eisen nur? Kein Gold? Oh. Ich darf nicht so lange weg bleiben. Wo wollt ihr hin? Achso, oder was? Da ist Gold. Kriegt ihr das auch abgehackt? Ne, ne? Ne. Ne. Ich muss nur aufpassen. Oh. Scheiße. Bekomm ich wieder zurück, Maus. Ich hab genug Eisen. Also da oben hin. Hoch. Da ist noch mehr Eisen. Aber man sollte ja das Glück nicht raus provozieren, ne? Ich bin jetzt von hier raus gekommen. Vielen Dank. So, versuch mal ein bisschen Eisen zu finden, ne? Okay, hier bin ich wahrscheinlich verkehrt. Ich grüße meine neuen Zuschauer, hallo! Man sieht im Moment nicht viel, weil ich mich irgendwie hier verehrt habe und ich versuche hier Eisen zu kriegen. Das ist das Weihnachtsspezial, wir haben Weihnachtsgen genommen. Moment, er hol mich ja wieder raus, ich bin ein Star. Oh, da ist noch mehr Eisen. Oh, nein! Scheiße! Oh Gott. Ach, mein Tütenbeutel. Ich brauche einen Tütenbeutel. Wofür? Das ist eine gute Idee. Ich muss hier irgendwie wieder rauskommen. Ich habe genug Eisen. Ich habe, glaube ich, auch Federn dabei. Bücherregal gibt es auch genug. Äh, Bücher, ähm... Wie heißt das noch? Zuckerrohr. Oh Gott. Ich versuche hier gerade mühselig wieder rauszukommen. Hast du meinen Namen gesehen? Oh, wo ist mein Name? Ich versuche deinen Namen jetzt zu sehen. Wo bist du? Okay. Ich sehe dich nicht. Wie denn, mein Schatz? Ich versuche schon mal eine Mine wieder zu finden. Weil die Mine soll ja sowieso hochgroßartig gebaut werden. Ich habe gut Eisen gefunden, mein Schatz. Insgesamt. Wie denn? Was hast du vor, mein Schatz? Naja. Die Bären geben nur eine Keule. Soll ist das nicht. Wo ich den Namen sehen könnte, wo ich wenigstens mal durchkommen könnte. Nee, ich habe mich nicht. Hier, hier hast du meinen Namen gesehen. Wo gehst du jetzt ganz hin? Oh. Wo bist du? Ich sehe deinen Namen nicht. Hilfe. Da ist dein Name. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Noch Eisen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ach ja. Wie mache ich das? Wo komme ich denn hier weiter lang? Hier lang? Aha. Oh. Da ist noch Eisen. Das nehme ich noch mit. Da ist auch noch Eisen. Also ich kann noch ein bisschen weiter runter buddeln. Das auf jeden Fall noch, mein Samantha. Das bist du eher runter. Unten nur als ich. Ich komme zu dir. Komm zu dir. Das kann nicht wahr sein. Muss ich jetzt hier lang? Nee, hier geht es auch nicht weiter. Irgendwo muss das doch hier sein. Also gelohnt hat sich das allein nur wegen dieses Eisen finden. Wenn ich mich jetzt hier weiter durch buddeln, wo komme ich denn da hin? Weißt du, wie es zurück geht? Was? Okay. Hilfe! Hier kommt Kies runter. Hier kommt Kies runter, ey. Scheiße, ich kann nicht hier sterben. Du kannst nicht hier sterben. Bist du schon fast da? Ich fang nicht auf. Ich fang nicht auf. Ja. Oh, Eisen. Jetzt war auch noch Eisen. Hüpp. Aua. Entschuldigung. Keine Absicht. Zurück. Hey. Oh, Samantha. Ich würde mich auch nur noch rächen bei dir. Und einmal was aus Versehenes. Hast du die abgehackt oder was? Was? Ach, du hast Facken genommen. So, ab, raus hier. Ich habe genug Eisen erstmal. Also kann ich eine Eisenrüstung bauen. Da ist unsere Mine? Okay. So, ich muss die Mine jetzt mal zumachen hier, wo wir runter waren. Ich werde irgendwann weiter normal gerade runter, dass wir irgendwann bei Dings ankommen, ne? Am Ende kommen. End start. Ich komme sofort hoch. Dankeschön für deine Hilfe. Bitte. Du hast mir... Ohne mich hättest du es nie geschafft. Naja, bist du da sicher? Ich habe mich ja nur gerade hochbuddeln müssen. Dann weiß der Geier, wo ich rausgekommen wäre. Aber naja. Eisen. Eisen. Kannst du es mehr? Ja. Weil du so nix. Ich warte auf dich. Warum? Oh. So, lass mal die Mine zumachen hier. Ey, du machst mal meine Mine kaputt mit deinen Fackeln. Ja, dann wird sie sowieso mit Kieger kommen. Was denn? Alpharex? Ich habe den nicht mit. Ich habe erst mal Kohle, mein Schatz. Hast du eh keine Hacke, also. Ja, du bist denn so ein Brache unterwegs. Kommst du wieder? Ja. Du bist da. Das ist da. Da. Du bist da. Hallo? Okay, dann pass das hin. Was? 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 und dann besorge ich färben ähm ich mach das schon ich mach einfach nur weißen Blumen und ähm Wolle ähm wir können ja mal am Tag gleich mal gucken und wir haben Besuch vom Creeper wir können ja gleich ok ich hab jetzt auch was ich brauch ja ich weiß ein 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 ich gucke welche fahren werden könnten die ob sie täglichen weihnachtlich aussehen hier habe ich eine blaue Blume hier habe ich eine blaue Blume ein 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 Papa, guck mal, Butterfunk hat ein Foto gemacht. Ich hatte schon einen Screenshot gemacht. Ja, aber was? No. Ich bin so eine kleine Hütte. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen eingesperrt, weil... Die kenne ich nicht. Ja, das ist ein Pferd. So, irgendwann will ich Füchse mit einer Leine und dann können wir die Füchse... Das ist ein Schwein. Hat das Schweinohrringe? Ach, ja! Ja, ja... Ja! Ja! Ja, ja! 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 Ja, jetzt guck ich, was ich noch brauch... Ich kann doch gleich mal reinlesen, was ich alles brauch... Ich meinte, wenn du noch... Ähm, wenn du noch... ...hört, fertig bist... ...bisschen Fleisch... ...bisschen Fleisch... ...wolle habe ich auch wenig bekommen... ...wolle habe ich auch wenig bekommen... ...so, dann nehme ich mal Eisen... ...Tammbaum, geil! ...Tammbaum drauf! ...Tammbaum... ...Tammbaum... ...was? ...Tammbaum haben keine Blätter... ...Aber ich beim booze! Ich grüße mit den eigenen Zuschauern! Hey! Bei unserem academics Speziale vom Minecraft... ...Somet hat sich umgekleidet, sie sieht nicht mehr weihnachtlich aus... ...Aber wir haben so einen weihnacht ned... Texte, Tourpack, wo es noch nicht so wirklich weihnachtlich auszieht, weil ich vermisse hier auch ein bisschen Schnee, irgendwie, dass sie ein bisschen, ein bisschen... Oh, guck mal, die Bären sind wieder gewachsen. Achso, apropos. Ich meine, der vergottet schon wieder Hunger. Oh, jetzt habe ich die gesetzt, oder? Kann nicht wahr sein. Ja, setzen kannst du dir auch. Oh, die Kekse sind süß. Bitte? Die Kekse sind süß. Hatte ihr hier schon die Dorf gefunden? Ja. Ja? Was dumme Frage ist, damit hast du überhaupt noch Spaß? Ja. Sieht bei mir ein bisschen anders aus. Dass du ein bisschen Mutti bist. So. Schneebetten, das ist ja auch genial. Ich kann nicht schlafen. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss auf Toilette 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 Ein kleines Fenster eingebaut Ich muss auf Toilette 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 Vielen Dank. 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 Heute ist so ein Weihnachtsspezial. War er zum Weihnachtsskin genommen? Hilfe! 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 Auf mich wurde geschossen. Oh Gott! Oh Gott! Ich bin tot! Ich bin tot! Hilfe! Ich bin tot! 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 Wann Будet ihr überfallen? Du wurde überfallen mit der Maus! Wann wie gesagt, hast du mich nicht gehört? Hier standen Leute! Hier, guck mal meine Armbrust an! Cool oder was? Der hat mich ja abgezackt! ja guck mal wir haben sogar jetzt wir haben sogar hier ja ja die steht bei uns ich habe mich aber gut verteidigt maus der wiss gemacht weil sie geht nicht kann ich nicht reintun ich komme das ist gemacht grösslich das fleisch wie ist das gemacht können wir uns doch draußen hinsetzen so wie camping ich wusste das ich finde das immer toll wenn man sie haut und aus versehen und sie macht wusstest du schon vorher oder ja das lagerfeuer neu wie sieht das lagerfeuer original aus weiß ich gar nicht das ist doch geguckt ja jetzt haben wir da hier müssen wir also immer noch facke kann ich auf die treppe irgendwo fackeln aufbauen oder wo war so fackeln aufbauen so da drauf stellen naja weil sie die kerzen doch ein bisschen oder guck mal den saun an da sind kleine lichter ketten dran wer hat das schon oder oder meinst du nicht ich muss langsam mal wissen wo der dorf ist ich möchte den weg zum dorf bauen aus also wir haben wir wahrscheinlich noch gar nicht sie ähm sie ähm wie heißt das noch wie heißt das noch ähm Kies weißt du wo der dorf ist maus wo geht da mal hin ok mal überlegen ob das doch so gut ist mach ich auf der Liste wieder weg hatte gar nicht doch weg oder wollen wir das Glas später umändern weil ich hatte ein tolles Glas gefunden Langsam, langsam, langsam wird es hier so ein bisschen Eisen haben wir auch ein bisschen mal nach außen da wollen wir ein Eisenschwert die Kacke bis jetzt habe ich die Liste fertig die Liste aber für die ganzen Sachen die ich brauch um es weihnachtlicher zu gestalten grünen Boden auch mal wegkriegen oder? irgendwann mal langsam den grünen Boden wegkriegen oder? mhm ich bin ja schon nicht oh wo kommst denn du her? das schreib ich doch nicht oh weihnachtscreeper guck mal hat er von oben einen Bart gehabt? ja es war das war's weihnachtscreeper da her mit dem verzaubernen Bogen ich kann keiner da läuft dann so rot geh weg geh weg geh weg wo kommst denn du jetzt noch her? Ja, Faden, es wird nur noch Schleim. Wo wohl der Dorf ist? Wo wohl der Schleimding ist? Guck dir mal, oh! Lass mich dir angucken. Das sieht doch cool aus, oder? Ja, ich grüß dich. Oh, was ist der hier schon wieder? Ich sterbe. Danke, Maus. Der sieht ja richtig genial aus. Den mach ich richtig, Leute. Fühlper mit Bart. So, damit ihr Respekt vor uns kriegt, Leute. Ihr macht mich nicht alle. Das ist dunkel. Ich gehe jetzt schlafen. Guten Morgen. So, aber was soll ich jetzt machen? Wollen wir jetzt Dorf oder Sachen, die auf der Liste stehen? Liste, die auf der Liste stehen, die du dir mühselig gemacht hast. Kannst du mir einmal kurz helfen? Willst du mir ein, zwei Fleisch braten? Einfach jetzt hingehen und einfach nur LT drücken. Ich brauche noch ein Stück Fleisch. Ich brauche noch eine Axt. Ich brauche noch eine Axt. Ich brauche noch eine Axt. Was ist denn, wie es aussieht? Hast du mir jetzt geklaut? Mal ein. Okay. What on is? Ich habe dich doch gefragt, dass du was haben willst. noch welche grillen hier ist das jetzt besser oder ist der grill besser der ofen sieht witzig aus ne schöne grillküche bauen maus statt alles in den schmelzerein so richtig ein grillofen das spiel war ehrehafter immer komischer dass du es schon grillen kannst bei minecraft ja du kannst das eine vielleicht auch noch haben was da jetzt noch drin ist das habe ich da auch gemacht der handelfleisch habe ich gemacht habe ich mal ein bisschen fleisch war bisher was nahrhaftes als nur bären oha holzachs gar nicht gut was tun da reingetan brot was ist das hier eichentüren eichentüren so was ist das hier eisenklumpen naja für die hierzu waren farbstoff so jetzt passen eichenholz ne fichtenholz mal gucken wo ich eine fichte finde bürkenholz bürkenholz Birken und Eichen. Ne. Hm. Was ist denn das hier? Die sieht ja auch cool aus. Kann man die auch einpflanzen? Ja, das macht doch mal ein bisschen weihnachtlich hier. Kann man das essen? Oh ne, die kannst du hinstellen. Die Pfingstrose. Ich finde keine Fichte. Das sind alles das dunkle Halsmaus. Achte auch auf die Farben der Blättern. Die heilen dunkle Halsmaus. Die heilen dunkle Halsmaus. Die heilen dunkle Halsmaus. Die heilen dunkle Halsmaus. Der alte Oberbürgermeig. Der alte Oberbürgermeig. Der stottert über einen Zweig. Der alte Oberbürgermeig. Gott. da kommt auf die uhr sind ziemlich spät ne ich habe nicht eine idee wo eine fichte ist ich suche doch auch schon ich habe meinen baum entdeckt also ich weiß wo ein neuer baum ist hier ist der dorf wir müssen noch ein wehchen machen wir müssen doch immer ein wehchen wehchen machen da hinten das kann vielleicht fechten sein vielleicht aber nur das ist nicht wichtig und Fichte hast du Fichte gefunden wer ist denn das gefunden vielleicht klatscht nochmal auf Bäume ich bin doch hier auch schon hier, brauchen wir hier was? Karotten oder sowas? ja komm, kannst du ja mal gucken ich bin ja nicht so wieder so begeistert so, das ist mal Karottenpaar habe ich noch weg gemacht und dann brauche ich noch was was wir aber, glaube ich, easy haben willst du wissen was? ja ein Eisen wie viel brauchst du denn da? ich glaube nicht so viel ich habe 17 Fichtenreich, glaube ich jetzt mal na, da lebt ja schon wieder keiner mehr guck mal, die Holzhäuser die sehen auch so ein bisschen mit Schmuck aus die sehen auch ganz tolle aus guck mal, oh, fröhliche Weihnachten, Junge fröhliche Weihnachten was mächtest du? Stroh Hilfe! Nein! keine Absicht was ist los? warte was ist los? die, die sich gerade ausgeloten haben sind ich ok, sind ich schon wieder da? ich komm oh, schon wieder die Leute sind da ok ich bin einfach nicht gelaufen, gelaufen, gelaufen hinten ist der Dorf ich komm zum Dorf warum? ich will zum Dorf kommen ich will wieder nach Hause und ich will gerade zu dir zum Dorf kommen ja ok, du komm zum Dorf du musst nicht hier noch hier bleiben ich bin lange im Dunkel du hast Angst zu Hause, ne? ja, doch ich bin nicht gelieb ja weil die ist unbedingt so ein Dorf füllt wohin hab ich nicht gefahrt, wolltest du nicht Patti ist auch schon müde oder bist du ja schon heute hoch ok ok Stimmt, hab ich voll vergessen was ist das? Altenblöcke soll ich die mit ja das ist fast eine komplette Eisenrüstung hier die nehme ich mit die verarbeite ich mir als Eisenrüstung im Ernst das müssen blöcke sein außer wenn ich mich irre und das gleich mal steine weiß nicht, ich hab dich so leicht abgekriegt, oder? ach so, aber mit der Steinpischbezeige geht das ja die Bett mache ich nicht kaputt das ist ja ein großes Dorf hier das ist ja egal was hast du gefallen? was hast du da alles gefunden? ich mache ich mache Apfel oh 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 darf du wohl der Zombie? guck dir an was? ich habe kein Schwert mehr kannst du mir helfen? geh weg! oah woher bist du denn? ja oh ich platt so aufs bei der Liste kann ich Fichtenholz äh jetzt kommt die Spinne noch ich muss nach Hause ich muss hier irgendwo rein lasst mich rein Leute lasst mich rein Fichtenholz und Eisen kann ich ja weg streiten puh jetzt brauche ich noch Leder Stecker was hast du denn da mit Form aus? oder einfach nur so hast du mir einfach so eine Liste aufgeschrieben? ähm für Weihnachtssachen Ideen was denn für Weihnachtssachen? was hast du denn für Weihnachtssachen Ideen? ähm alles was mir mit weihnachtlich aussieht eigentlich Leder sieht aus wie Weihnachten ich brauche Leder für eine Sachen die die weihnachtlich aussehen ok ok rote bete ja glatter Stein war das mal aus das war glatter Stein ooooh ehrlich jetzt das hab ich denn irgendwas gefunden? das war wirklich schiefst das war mit mir ihre die sie die 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 Hallo, wo bist du? Wo ich bin? Ich bin ja irgendwo ein Arsch der Welt. Wieso ist das Dorf denn leer? Kaum wart ihr irgendwann einmal in dem Dorf drin, ist hier nie was los. Oha, das war knapp. Hallo, wo bist du? Wo haben die das denn hingekriegt, die Sterne hier? Oh, die haben die normalen Stadtscherben genommen. Ich hätte die auch nehmen müssen, dann hätten wir ein paar Sterne an die Fensterscheiben. Samantha, sag doch mal was. Ich hab aber was anderes. Was denn? Das wäre ein anderes für Glas. Wieso? Dann brauche ich braunes Farbstoff. Okay. Jetzt hier was wir trinken. Aber dafür müssen wir Kakaobohnen oder Kaffeebohnen finden. Entschuldigung, aber guck mal, die glatten Steine, wie die aussehen. Bei den glatten Steinen ist das das drauf und bei denen ist es Sterne. Farben sind verschieden, richtig? Das ist so geil. Oh je. Recht toll. Und ich bin nicht so kreativ. Das wird total genial. Also liebe Leute, ihr müsst euch ja auch mal was machen. Was soll mir denn das hier bringen? Was meinst du, was du denkst, wenn du die Schaden liest, die ich vorhabe? Ja, mach doch was, wie du willst. Ich sag doch gar nichts. Soll ich am besten gar nichts mehr sagen? Die Eier weg. Ja. Du bist da. Sonst bist du. Ja, ich bin ein ganz anderer Mann. Du hast ein Baum. Du bist da ein ganz anderer Baum. Du bist da ein ganz anderes Baum. Ja, du bist da. Zappt! Die Liste ist weg. Hä? Die Liste ist weg, na ganz toll. Ehrlich jetzt? Hin da und hol dir die wieder. Warum nicht? Alles umsonst gewesen? Komm, wir legen uns schlafen oder holst du die? Okay? Ja. Okay. Wollen wir jetzt ausmachen? Ja. Okay. Ich brauche hier ein Dorf und damit verabschiedige ich mich, liebe Leute. Samantha ist gestorben, jetzt hat sie keine Lust mehr und das Spiel passt jetzt auch nie wieder anbestimmt. Das war unser Weihnachtsspecial, wie Samantha alles verliert und keine Lust mehr. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen ersten Weihnachtstag. Morgen ist der zweite Weihnachtstag und der letzte freie Tag für mich. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Abend. Und immer zu denken, wir sind nicht fix. Nein, wir sind die Foxys. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.